Hallo und willkommen zum heutigen Gilderland mit dem Max und dem Dorne, hallo! Hallihallo! Sa! Gut, äh, ich bin zwar gerade noch auf dem Weg da zurück vom Portal, ähm, genau, der der Herr da hat die letzte Nacht ein bisschen ein abgesuchtet. Gar nicht, war! Und hat... War nur bis drei. Genau, und hat, ähm... Also ich habe jetzt gerade hier noch die Quantum Leggings und den Quantum Helm bekommen ähm, und er, deswegen renne ich jetzt auch so schnell wegen der Hose ähm, er hat noch gebaut für die Ender Query ein Speed Upgrade und eine zweite Ender Query Er ist noch völlig in den Zoll dran Die wir dann in Neta aufbauen werden und in der heutigen Folge wollen wir aber auch in den Neta gehen, aber mit einer anderen Aktion, das heißt wir haben uns jetzt vorgenommen, wir werden den Neta leerpumpen Wien jetzt habe ich schon gebaut, ne? Genau, die Pumpe habe ich schon rausgenommen ähm, wir müssen bloß Ich bin... Warte mal, äh, wir dürfen ja bloß in der Hauptwelt keine Junkload aufbauen äh, im Neta wäre ich es ja dürfen, ne? Wuh! Alter, äh, die Hose, die ist so schnell ähm, okay, pass auf Pump Achso, die habe ich schon rausgenommen Okay So, pass auf, da brauchen wir jetzt die Enderpump brauchen wir dann brauchen wir einen Tesseract Oh, wir haben sogar noch einen Tesseract da Oh, wir haben sogar noch einen Tesseract da Enderfluiduct Enderfluiduct Oh, die ist noch teuer Was brauchen wir denn dazu? Eisen Fused Clones Oh, ich benutze mir mein rechtes Teil Oh, Entschuldigung, Entschuldigung Nein, kannst du benutzen, ich bin eh nicht dran Ich bin schon rum Ich bin, ja, ist mir egal Ja, ist mir egal Ich war eh nur, ich mach grad wieder Und die smellte irgendwie voll Ries leer Wurde alles geschmolzen, was wir da drin hatten Ah, da drin hatten 100 Millibuggets pro Tick Müsste ja rein theoretisch reichen, ne? Aber das Ganze verbrannt, ne? Ähm, wir müssen auf jeden... What? Das habe ich auch alles reingemballert. Jelorium? Achso, ja. Pass auf, wir müssen uns aber jetzt mal Gedanken machen. Geh mal her. Wir wollen jetzt den Neterleer pumpen, ja? Nee. Das ist nichts zu sagen. Okay. Da kriegen wir... Da kriegen wir ja ganz viel Lava. Nee. Was ist das? Wo wollen wir die lagern? Wollen wir die komplett in solchen Fässern lagern? Oder wie machen wir das? Ich weiß nicht, das kann man damit anfangen. Ich habe noch so einen Tank. Da ist auch noch ein bisschen Platz. Können wir damit so anfangen? Was mit der Lava? Ja. Ja, die Lava kann man hier benutzen für die Smeltery. Ja, sonst noch irgendwas? Nö. Ah, Strom könnte man damit immer... Auch Iron-Shirt. Ich glaube, ich so viel Strom. Oder? Ja, du, man könnte Strom produzieren, nämlich ja. Ja, auch viel. Ähm... Ja, viel... Ja, viel produzieren tun wir dann demnächst. Selber die Dinger, ja, ja. Ja, ich hab ja jetzt alles angeschmissen, ne? Alles, was wir im Ohr hatten. Ja, passt schon. So, aber dafür brauche ich dann quasi nochmal einen neuen Tesseract. Die Hose ist so krass. Uh! Oh Mann. Tesseract. 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 Empty. Zack. Oh, was? Wir haben keine... Oh, nö. Komm, haben wir kein Enderium mehr? Keine Ahnung. Pyro... Enderium Base. Was? Nö. Ne. Ach, nö. Da brauchen wir wieder dieses... Nö. Nö. Ach komm, das ist scheiße. Ich zoome nen anderen Platz. Hehehe. Hup. Ähm. Ja, nö. Ja, nö. Ich halte nen anderen Platz, wo ich das speichern kann. Aber hier haben wir nen Tesseract. Das heißt, wir können ja eigentlich rein theoretisch... Hinterm Reaktor das speichern. Hm. Hältste davon? Äh, was? Hinterm Reaktor. Was denn? Speichern. Ja, warum nicht, ne? Oh, hauptsache hier sind wir... Alter, ist das ein Lärm hier unten. Ich hab gestern mal wieder Waberteile eingebaut, ne? Hm, schon gesehen. Da ist jetzt bestimmt wieder keine Achse mehr draußen drin. Äh, hab ich gestern schon wieder reingetan. Ja, wirst du schon wieder brauchen. Aber jetzt wahrscheinlich wieder. Ja. Ja. Ne, hab ich vorhin wieder reingetan. Excavator. Oder die Kiste ist voll. Ne, die Kiste ist voll. Ne, die Kiste ist voll. Ja, das ist auch leer. Dann machst du mal der. Aua. Ich muss auch so n Ding einstellen, dass automatisch das Ding ins geschmissen wird. Äh, müssen wir halt so ne Ender Chest bauen. Hab ich das, hab ich schon. Ich hoffe nicht, wie ich die da dran baue. So. Einfach draufsetzen. Er wollte nicht. Einfach die Kiste, die jetzt dran ist, wegnehmen und dafür die Ender Chest hinsetzen. Achso. Ja. So mach ich gleich. Weil wir da Ding ins drinnen haben. Ne, das war irgendwie, hat die Ender Query nicht ganz geladen. Ja. Die hat die mir nicht ganz n Blöcke bei uns reingepackt. Okay, lol. Boah, ey. Jetzt schon. Also jetzt machst du es schon. Und jetzt, jetzt wird es auch wieder voller, ne? Weiß ich nicht. Warte ich guck. Wenn man jetzt eben eh reinschauft. Guck mal einfach in die Kiste hier oben. Ja, da ist wieder voll. Guck. Ja, ja. Bist du wieder voll. Ja, und die Seifers sind auch alle komplett voll. Ich verballer grad das ganze Diuret und Andesit. Ah, da ist es. Was ist denn das eigentlich für ne... Wie war das auf J, ne? Mit den Waypoints. Ja. Und Waypoints. Vielleicht ein Deathpoint oder so von dir. Ja, bestimmt. Ja, ist ein Deathpoint, ja. Remove. Okay. Gut. Hast du schon solche Drums gebaut? 5 Stück mehr kann ich nicht bauen, weil wir können die 5 Iron mehr haben. Das Refined Iron brauchen wir dafür? Ja. Och, komm. Ne, 5 kann ich bauen. Oder ist die eben gut halten? So, pass auf. Dann... Oh! Man. Hohoho. Die Hose, ne? Axt vergassen. Ja. Die ist so krass. Die ist cool, ne? Die ist krass. Nein. Ähm. Okay, pass auf. Jetzt brauche ich wieder Fluid. So. Ähm. Und zwar brauche ich da... Die sind doof. Die da. Doof. Dafür brauche ich die. Die sind doof. Ach man. Aua, aua. Fused Quartz brauche ich dafür. Oh. Haben wir noch neder Quartz? Ja. Wenn direkt was abgebaut wurde. Haben wir noch neder Quartz? Oh ja, 500 Stück. So. Jetzt kann ich die Kiste abbauen und alles landet immer im Metall. Was nicht so ne gute Idee ist? Jo. Ja. Haha. Ich hab's doch gehört. Ploppen. Scheiße. Woll du mach mal n Platz. Ich muss hier ne Ender-Shift hinsetzen. Hallo. Blöcke. Was anders. Äh. Ich muss noch kurz deinen Eloise-Melder benutzen. Macht doch. Ja, weil du den grad unten mit Ding belegt hast. Ja, ja. Bestimmt. Fused Quartz Oh Unser Ender-Chess kommt jetzt hinterher gerade mit Aufräumen Echt? Ja, guck doch noch rein Okay Das sollte dann glaube ich reichen So Max, wir haben kein Deal Ach, wir haben sogar noch Und kein Grand Hast du diese Teile in die Ding geschmissen? In die, ähm Was, was, wo rein gespannen? Ähm, diese Diese Wie heißen die? Die komischen Tonnen da Drums, die hab ich immer erwähnt mit da Drums, ah Oh, eine haben wir auch noch hier drin Ich weiß nicht, wo bist'n? Hinter dir Oh, ich bin unter dir Oh, hallo Das ist aber was, wie von Alvin hier Das ist jetzt Ding, der in Polo Hüh, huh Hüh, huh Hüh, huh Hüh, huh Hüh, hallo 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 what do you do hast du dich bauen Und das分 So, he, 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 he Was? Hä, häh? Ja, ich du war nur nochmal ganz kurz weg He, 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 he Warum warst du weg, YouTube? Ganz kurz ich, hallo So Hüh Hallo Haha, hallo ged pertama Ok, ähm, jetzt brauchen wir Ender Fluid. Hä, wieso brauche ich jetzt Weipfel und Eloi? Ach, komm mal, die Enerpensch, äh, Enerpensch, Punsch, 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 und der Enerchest macht langsam weiter mit Aufräumen. Ich muss mal reingucken, wie viel Wawa da drin ist. Haben wir noch Energetik Eloi? Weih nicht. Energetik Eloi haben wir auch nicht. Hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Dann müssen wir natürlich das auch noch schnell produzieren. Ähm, ähm, Redstone, Gold und Glowstone. Gut, das aber jetzt eigentlich erst mal. Hm, okay, wollen wir mal die Pumpe aufbauen, oder was? Weiter. So, aber das kann ich einlagern, das, 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 das. So, das Fused Quartz können wir reinschmeißen, das brauche ich. Machen wir hier mal gerade die Kiste voll. Ein Tesserick habe ich. Die Pumpe habe ich. Aber jetzt muss ich erst mal gucken. Das ist eine Buildcraft-Rumme, ne? Aber ich muss noch mal kurz gucken, ob ich da... Ne, doch die andere brauchen können aber auch. Ne, ne, passt schon. Okay, kann ich anschließen. Es ging mir jetzt bloß drum, ging mir jetzt bloß drum, dass ich, äh, auch die Fluid-Teile anschließen kann. So. Ich mache gerade unser Smelting wieder, äh, voll. Gehst du mit den Leder? Ja, ne? Ja, guck, unser Smelting ist jetzt voll. Alter. Da ist jetzt alles Eisen drin und Tinnen drin. Ah, siehst du, dafür brauchen wir halt jetzt auch enorm viel Lava. Ja, der hat ja vorhin, äh, unser Dwarmer war leer, habe ich erst mal voll gemacht, ne? Siehst du, genau deswegen brauchen wir Lava. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen unbedingt in den Neto, müssen Lava pumpen. Ist schon auf dem Weg? Mhm. Ich glaube, vorhin nur vorhin im Neto Quartz fahren. So drei Stacks. Also eigentlich ist ja diese Lava sicher groß genug, oder? Ja. Oh. Achtung, hier ist jetzt ein Loch. Hast du was zum Bauen dabei? Äh, nein. Oh, warte, ich habe Koppel dabei. Ah, ich auch. Ich habe mir auch gerade was aus der Ender Punch rausgenommen. Achso, ja. Oh. Hier ein 60 Stück. Holz ist da auch noch drin. Frage ist, wo platzieren wir die Quarry? Äh, die, 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 die Pumpe. Das ist voll laut. Da hinten, komm mit. Irgendwo weiter weg. Ja, aber hier unten, hier unten diesen See am besten. Wo bist du? Ja, hier, hier, hier. Achso, okay. Wann mal, ich nehme lieber mein Kleider in die Hand. Sicher, sicher. Energie reicht aus. Ja, ja, schon. Hui. Da, oder was? Irgendwo ein bisschen was. Ah, hier, es gibt, hier. Oh, mach, mach keinen Schaden. Hä, wieso kriegst du da XP von? Ja, ich krieg da kein XP, aber irgendwie da steht extra XP Boost vom Mob kill. Weil ich krieg da trotzdem die XP. Loll, du kriegst X. Nein, krieg ich nicht. Achso. Erst wenn ich, wenn ich Mobs kille, das, hier das ist ja drauf. Und nur wenn du Mobs kille. XP Boost. Okay. Ja, aber du kriegst du mir das, äh, wenn du was abbaust. Wann gibt's denn sowas, Alter? Ja, Moctag. Chris? Ja? Irgendwas pumpt unser Lager voll. Wir haben jetzt schon vier Lichter, die auf Rot sind. Ja, das, äh, äh, dann schauen wir mal, was eure... Wo? Ich glaub, das ist die Enderquery aus Neta. Ja, gut möglich. Weil da hat, die hat ja nur 140.000 Netherrack hochgepumpt. Ja, die 140.000 Netherrack hast du halt jetzt im Lager. Oh, der war schlimm, Alter. Bald nicht mehr, weil ich die zu scrap war. Ich hab Angst, Alter. Ähm. Ich seh den nicht auf die Pfade. Halt, ich geh mal grad gucken. So, save Frequence, ähm. Ah, da hinten ist er, ja. Send. Fett. Oh, beinahe getroffen. Was machst du? Ach so, da oben. Ich hab, ich hab'n Fallen sehen. Da unten. Hm, oh, Lava. So, pass auf, warte mal. Ähm, item mode, item mode ist Block. Fluid mode, send only. Energy mode, receive only. Okay. So, pass auf, er braucht jetzt quasi einmal... Energie. Ich weiß halt, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob er schon arbeitet, ne? Und das. So, jetzt brauch' ich mein... Oh. So. Ja, wir können's ja mal ganz einfach testen. Wir können mal ne Drum um und aufhängen. Da einfach hinstellen? Oh. Hier drauf einfach? Ja. Oh, voll. Ja, also, ist grad dabei. Aber ist noch auch nicht so schnell, oder? Er hat nur 400. Ja, Moment, das ist meistens aber auch ne Anzeige vom Modpacker. Ui. Äh, 37.000 sind da drinne. Ah. Passt Feuer, oder was? Äh, nee. Aber, also, es geht auf jeden Fall. Ne? Ich hab' irgendwie so die Befürchtung, dass wir ganz schnell drüben ganz viel Lava haben werden. Nicht, hör auf! Was denn? Pass auf. Können wir noch mehr anschließen? So. Wie noch mehr? Wie noch mehr dieser Bombs-Teil? Ja, die Drums, die stehen aber bei uns drüben ins Lager. Ach so, das wird voll gemacht. Ach, dann kannst du die mitnehmen. Ja, die kannst du mitnehmen. Oh, ich hab' mir natürlich keinen Load-Up mitgenommen. Warte, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Nicht, sonst geht's kaputt. Ich hab' meinen, ich hab' meinen, 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 meinen Anker vergessen. Verdammt. Wir müssen jetzt zurück. Ähm, okay, warte mal. Äh, hier ist die Pumpe. Pumpe. Ich kann auch hier bleiben. Also, du machst' den Baeplein. Ja, ich hab' einen Baeplein gemacht. Ich warte. Ich glaub, die hat hier gepumpt, Alter. Weil hier läuft jetzt die Lava. Voll geil. Das heißt, das heißt, wir müssen uns so'n, so'n riesen, wir müssen uns so'n, so'n riesengroßen Tank bauen. Da gibt's so'n riesengroßen Tank. Was denn? Warte, warte. Dann komm' ich doch noch mal zurück. Oh, boah. Ich bin beinah zu weit geflogen. Mach' keinen Scheiß. Kein Gas. Ja, du kannst ein bisschen in Lava rumschwimmen. Ja, muss aber nicht sein. So, pass auf. Boah, die Tür vorbei. Ich renne mal am Lager vorbei. Ähm, kare. Ich hab' Hab' ich vorhin nicht so'n so'n ding, blödes Ding gebaut. Ja, wird ein geheißen, oder? Ich fand' nicht so'n gebaut. Warte, es gibt irgendeinen Tank, mit dem kannst du'n endlich, äh, auf, äh, haben. Ja, und endlich ist ja... Du, krass. Wenn doch nein. Geh mal, die so'n hält. Geh mal, die, 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 äh, die, 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 die. Genau. Oho. So, Buddy, Buddy, pass auf. Ich tu' dir das mal herstellen. Und du musstest gleich mal... Ähm, ein LED-Tank. Der letzte. Und du musst mir gleich mal sagen... Und den kannst du auch bauen. Ob hier was ankommt, oder nicht. What? Boah. LED-Tank. Den letzten. Musst du bauen. Au. Für muss halt zwei wieder kloppen. Aber du kannst du'n endlich da reintun, ne? Ist auch nicht. Ja, wir können das Zeug auch im Lager, äh, lagern von Prinzip. Im, im... Im MME-Lager. Ich muss mal den Fluid, Fluid-Pot bauen. Wer war eigentlich gesagt, auch nicht das Problem. Ähm, Buddy, geh mal kurz hinter. Dahin, wo die, wo die Beryl sind. Nein, wir sind hier hinterm, hinterm Reaktor. Da. Da. Alter, die Hose ist zu schnell. Was? Hier, hinterm Reaktor. Hier, außenrum. Da, ein bisschen. Ich mach' ein LED-Tank. Und Endless. So, und ich geh' jetzt mal ganz kurz rüber und stell' mal drüben nen Enker hin. Und du sagst mir bitte mal, ob die, ob die anderen auch rot werden. Okay? Ja, ja. Okay, dann kann man nämlich im nächsten Part dann schön gemütlich unsere Ender-Quelle drüben aufbauen. Hoho. Dann haben wir noch mehr Material, was wir verbrennen können. Weil dann kann man nämlich das, äh, Netter-Geraffel da verbrennen. Da brauchen wir noch Energie, oh voll. Na ja, alle roten. Was? Instant. Echt jetzt? Ja. Okay. Boah, pump die schnell ab, boah, pump die schnell ab. Alter! Da ist der Lava-Seele, ja. Bali, wir brauchen auf jeden Fall mehr Lagerplatz. Ich stell' dir erstmal eiskalten World-Enker hin. Bam! Wenn wir sicher nicht den LED-Tank bauen, ist doch voll cool. Boah, ich glaube. Ja, müssen wir doch, ich denke, müssen wir wieder klopfen. Ja, zwei. Ja, nicht um, ja. Ich hab noch ne andere, noch ne andere Idee. Wir müssen ja nicht genau den letzten bauen, wir können den ja nach vorne bauen. Nee, der ist nicht gut, der ist nicht gut. Vor allem das Coole ist ja, aus der Lava können wir wieder Energie gewinnen. Wir haben den 4.096 Bucket. Hast du gehört? Das sind, das sind 496.000 MB. Wie viel 496.000? Nein, warte, vier Millionen. Die Millionen. Was? Die Millionen, sechs. Gut, okay, wir machen uns da noch ein bisschen Gedanken, welchen Tank man es am besten nehmen. Ihr schalt' einfach morgen wieder ein. Würde ich sagen, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.